Vers 18 O Agni Hier ein Name des Herrn, in Anführungszeichen leuchtendes Wesen, welcher alle Dunkelheit der Unwissenheit aus uns herauszulösen vermag. Führe uns auf dem Weg zu dir hin, der du das Ziel von uns allen darstellst. O Herr, obwohl du alles weißt, was wir in der Vergangenheit getan haben, sowohl unsere Gedanken als auch unsere Taten, bitten wir dich, alle Täuschung und egoistische Ausrichtung von uns zu nehmen, zu vergeben. Dir bringen wir immer und immer wieder aus ganzem Herzen unsere Ehrerbietung und diese demütige Bitte dar. Erläuterung Mein lieber Herr, ich bin durch tausende von Leben hindurchgegangen. Ich habe unzählige Male das Altern und den Tod erlitten. Ich war Gras und Strauch, Ranke und Baum, ich lebte zwischen Vieh und wilden Tieren. Viele tausende Male bin ich ein Gelehrter, eine Frau und ein Mann gewesen. Ich kostete von der Seligkeit in den Himmelswelten, wo man sich fast für unsterblich hielt. Selbst unter den übermenschlichen Wesen gibt es keines, dessen Form ich nicht schon oft angenommen hätte. Auch durch dunkle Welten bin ich gewandelt. Ich war Titan, Kobold und in den Körpern verschiedener Geistwesen. Ich war auch die Verkörperungen der Elemente und dann auf einmal wieder ein Mensch. Jedes Mal, wenn der Kosmos sich auflöste, um wieder ins Unmanifestierte zu gehen, verschwand auch ich. Und wenn das All wieder hervortrat, kehrte auch ich zum Dasein zurück, um andere Reihen von Wiedergeburten zu durchleben. Wieder und wieder bin ich den Täuschungen des Daseins zum Opfer gefallen. Nun reservierte ich dieses eine Leben, um ganz aufzuwachen. Gefühle, Bilder aus der Vergangenheit, Wahrnehmungen, Empfindungen. Wer nimmt sie wahr? In der Reflexion dieser Frage verliert man das Interesse an der Oberfläche. Das Selbst bleibt unberührt und nimmt nicht teil an den Aktivitäten im Außen. Ehepartner, Kinder, alle Besitztümer, alle geliebten Menschen, alles, was mir je lieb war, rast einfach nur dahin im endlosen Fluss der Zeit. Es hetzt an mir vorbei. Selbst mein gesamtes Identitätsgefühl stürmt vorbei. Nachdem es kurz auf der Bühne des Lebens geklettert war. Wer bin ich? Dieser Frage keine Aufmerksamkeit zu schenken, bedeutet, sich auf den Zeitfluss zu reduzieren. Inmitten der verstörendsten Atmosphäre, inmitten einer Welt von bekämpfenden Energien, inmitten eines gewalttätigen Chaos, aufeinanderprallenden Elemente und auch dann bleibe ich unberührt und ganz still. Das Drama war nur, wenn der Geist mitgeschwungen hatte. Man ist nicht gezwungen, der stofflichen Welt so viel Platz im Bewusstsein einzuräumen. Der Wunsch nach Freiheit darf nicht unter ferner Liefen eingereiht werden. Er hat absolute Priorität. Alles andere im Dasein darf auch noch mit mir bleiben. Aber es ist nicht mehr auf der Titelseite meines Lebens. Der Freiheitswunsch pulsiert. Das Herz sehnt sich danach aufzubrechen in kompromissloser Furchtlosigkeit. Es kann nun nicht mehr länger abwarten. Die Freiheit und die Liebe begnügen sich nicht mit kleinen Aufmerksamkeitsanteilen von mir. Sie wollen mein Ganzes sein. Mein Wesen steht nun aufrecht vor dir. Die Arme erhoben, die Hände geöffnet in glühender Sehnsucht. Ich will nicht abstumpfen in der Annehmlichkeit und Heiterkeit der Welt. Ich darf keine Ruhe haben, bevor nicht deine unumschränkte Liebe gänzlich den Weg in mein Herz gefunden hat. Krishnas Beharrlichkeit gibt nicht auf. Seine Liebe ist wie eine steigende Flut, die das ganze Wesen überschwemmt und auf alle Dinge brandet. Kein Widerstand vermag, sich letztlich dieser Brandung zur Wehr zu setzen. Wenn man auf dem inneren Weg vom Plan Gottes spricht und von den in den Heiligen Schriften beschriebenen Etappen, so ist dabei Vorsicht geboten und ein warnendes Wort vonnöten. Das Einzige, dessen wir uns auf unserer spirituellen Reise absolut sicher sein können, ist, dass es sicherlich anders verläuft, als die Erwartungen, die es geplant hatten. Krishna ist nie an irgendwelche Vorstellungswelten gebunden. Wenn wir viel studiert haben und erwarten, dass die Dinge nach diesem Verständnis ablaufen sollen, wird Krishna in unserem eigenen Interesse alles verändern und umstellen. Es ist nicht eine gänzlich abgesteckte und planbare Reise, sondern bedarf den Sprung des Vertrauens ins Unbekannte. Ist der Weg auf dem Papier planbar? Kann man über die Beschaffenheit des inneren Weges Prognosen treffen? Ist es nicht schon ab dem nächsten Moment reine Überraschung? Deshalb ist es ein Weg der Hingabe. Wenn man das nicht einsehen will, verplant man diesen Pfad und es bleiben Gerüste übrig, über deren minimalen Unterschiedlichkeiten sich Fundamentalisten dann in den Haaren liegen. Die Voraussage ist nicht meine Aufgabe und liegt auch nicht in der eigenen Kompetenz. Dann darf das absolut Unvorhergesehene eintreffen. Alle heiligen Ausführungen, auch die Isopanishad, dient als Hinweis, eine tiefe Sehnsucht in der Seele zu aktivieren und kann nicht einfach nur konsumiert und konzeptionalisiert werden.